Effizienz, Qualität, Nachhaltigkeit – das zeichnet unsere Produkte aus. Doch wer sind wir? Wer sind die Menschen, die hinter diesen Produkten stehen? Wir, das sind mehr als 300 Mitarbeiter aus 42 Nationen. Unser Ziel ist es, die Fütterung hochwertig und effizient zu gestalten, damit sie das volle Leistungspotenzial ihrer Tiere ausschöpfen. Wir sind 1986 in Deutschland gestartet und haben uns kontinuierlich zu einem globalen Unternehmen weiterentwickelt. Wir bieten eine breite Auswahl an Produkten in höchster Qualität. Dazu gehören Zusatzstoffe, Vormischungen und Ergänzungsfuttermittel aus eigener Produktion. Ob Pulver, Pasten, Flüssigkeiten – wir beraten sie zur Steigerung der Gesundheit und der Leistungsfähigkeit ihrer Tiere. Und dabei stellen wir die höchsten Ansprüche an uns selbst. Deshalb forschen wir unermüdlich und überprüfen unsere Fütterungskonzepte durch ausführliche Analysen und kontinuierliche Praxisversuche. Dabei arbeiten wir mit renommierten und unabhängigen Instituten aus aller Welt zusammen. Nur so können wir ihnen exakt die Fütterungskonzepte anbieten, die sie benötigen. Wir erkennen die Bedürfnisse jeder Tierart, jedes Produktionszweigs und jeder Klimazone. Wir sind Tierernährer, Veterinärmediziner, Chemiker und Mikrobiologen. Unsere Leidenschaft ist die nachhaltige und bedarfsgerechte Fütterung ihrer Tiere. Deswegen verfolgen wir bei der Entwicklung unserer Produkte das Wohl der Tiere und eine effiziente Nährstoffverwertung mit Nachdruck. Ob Darmgesundheit, Mykotoxinmanagement, Nährstoffeffizienz, Antibiotika-Reduktion, Immunstimulation oder Futtermittelsicherheit. Wir bieten ihnen innovative Lösungen für Futtermittel und Tiere in Topform. Dabei verstehen wir uns als globaler Nachbar. Wir erforschen, entwickeln und produzieren unsere Produkte in Deutschland und sind in mehr als 70 Ländern immer ganz nah bei ihnen vor Ort.